Liebe Frauen unserer Schierstein 08er, auch wenn ich es bisher persönlich noch nicht geschafft habe, auf einen eurer Spiele vorbeizuschauen, über das bisherige Abschneiden der Hessenliga, Chapeau, ich bin schwerstens begeistert und zum Gewinn des heutigen Pokals, ja, herzlichen Glückwunsch, hat mich riesig gefreut und trinkt ein Bier heute Abend für mich mit.